Weißt du, was ein wirklich großes Problem ist? Die meisten Menschen denken, jo, ich kann schon ganz gut kommunizieren, reden kann ja jeder. Komischerweise haben aber genau die gleichen Menschen dann nicht die tiefe und erfüllende Beziehung, die sie sich wünschen. Die Freundschaften, die sie glücklich machen oder den beruflichen Erfolg, den sie sich selbst schon als Ziele gesetzt haben. Das bedeutet, es gibt offensichtlich noch Punkte, die in der Kommunikation fehlen, die in der Selbstsicherheit fehlen oder die ganz generell in der Rhetorik und im Karesma der Ausstrahlungskraft fehlen, sodass sie diese Dinge auch erreichen. Und deswegen werde ich dir in diesem Video drei fatale Fehler mitgeben, die deine Wirkung zerstören, die dazu führen, dass andere Menschen dich nicht so respektieren. Tatsächlich ist es so, also meine Freundin und ich schauen ganz gerne Frank Rosin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine Fernsehserie, wo Frank Rosin, ein bekannter und zweifach mit Sternen Michelin-Sternen ausgezeichneter Koch-Experte anderen Köchinnen und Köchen, die ihr eigenes Restaurant aufmachen, helfen. Was hat das mit deinem Leben zu tun? Ganz einfach, diese Leute denken, jo, kochen, das kann ja jeder irgendwie, also kann ich ja auch ein Restaurant aufmachen. Ja, irgendwie durchschnittlich kochen, das können tatsächlich die meisten, eben der Durchschnitt. Aber überdurchschnittlich zu sein, und man muss überdurchschnittlich sein, um überdurchschnittliche Resultate zu bekommen, das sind eben die wenigsten. Und das merken sie dann erst, wenn sie zusammenarbeiten mit jemandem wie Frank Rosin. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Natürlich, die meisten können durchschnittlich kommunizieren. Wenn du den Mund aufmachst, dann werden da Wörter rauskommen, genau wie jemanden, der wirklich gut geschult ist und der ausgebildet ist. Genauso wie bei den Leuten, die in diesen schlecht funktionierenden Restaurants kochen, die haben meist keine Ausbildung gemacht und natürlich haben sie dann auch am Ende des Tages irgendein Gericht, aber es ist dann halt schlecht. Und bei den Leuten, bei den anderen Menschen kommt es eben nicht zu an. Der erste Fehler, den du machen könntest, gerade in Stresssituationen ist, gerade in Stresssituationen steht viel auf dem Spiel. Das ist den meisten Menschen nicht wirklich bewusst. Sie denken, jo, das ganze Leben besteht ja immer wieder aus Chancen oder aus Situationen. Natürlich ist auch so. Aber gerade in den Momenten, wo es dir wahrscheinlich jetzt noch schwer fällt, gut und selbstsicher zu kommunizieren, bei einem Date, bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einer anderen Situation, wo du eher nervös wirst, vielleicht einer Präsentation, die du vor einer großen Gruppe hältst, genau in diesen Momenten steht auch wirklich viel auf dem Spiel. In den anderen Momenten, wo es eh schon ganz gut läuft, das ist ja eh, sage ich mal, ausgeklammert. Aber gerade in den Momenten, die eine hohe Stresssituation für dich sind, genau diese Momente sind auch die, wo viel auf dem Spiel steht. Beim Date steht eine Beziehung, eine lebenslange Partnerschaft vielleicht sogar auf dem Spiel. Beim Bewerbungsgespräch steht dein beruflicher Erfolg, finanziell, welche Kollegen du haben wirst, ob du deiner Leidenschaft nachgehen kannst und so weiter auf dem Spiel. Und bei einer Projektpräsentation steht vielleicht auch eine Gehaltserhöhung oder ähnliches auf dem Spiel. Heißt, das ist der erste Fehler, dass die Menschen in diesen Momenten das nicht berücksichtigen und sagen, jo, ich werde es schon mit meiner durchschnittlichen Kommunikation hinbekommen. Und da kommt der zweite Punkt direkt ins Spiel, und zwar, wer unsicher wirkt, verliert. Wichtig, ich habe nicht gesagt, wer unsicher ist, das auch, aber viele Menschen sind sogar inhaltlich selbstsicher, sind vielleicht ein guter Partner für die Frau auf dem Date. Oder sie sind vielleicht ein Experte, der jetzt gerade dieses Themengebiet präsentiert oder eben auch sich auf dem Job bewirbt. Allerdings, in dieser Situation, wenn dann viele Leute vor einem sind oder die andere Person sehr attraktiv ist, sind sie dann doch nervös und dann kommt irgendwie ein kritischer Kommentar von einer anderen Person und dann schaffen sie es in diesen Momenten nicht schlagfertig zu sein. Das ist ein großer Fehler. Da musst du an deiner Selbstsicherheit arbeiten, um eben auch bei anderen Menschen anzukommen, weil es dann bist du gelassen und dann kannst du selbstsichere Antworten finden. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Du musst in diesen Momenten die passende Antwort parat haben. Ich meine, das kennst du doch wahrscheinlich selbst. Irgendeine Situation, beispielsweise du hast eine Präsentation von einer größeren Gruppe, eine Person ruft irgendwas rein und du sagst irgendwie, ähm, ja, also, also hast keine so wirklich gute Antwort. Zwei Stunden später denkst du, ah, die Erleuchtung, das hätte ich ja sagen können. Ja gut, aber das bringt nichts. Das ist ein fataler Fehler, das zu denken, weil in dem Moment hättest du es gebraucht. Da du es in diesem Moment aber nicht parat hattest, die schlagfertige Antwort, hast du eben nicht so gut gewirkt. Und deswegen achten wir auch, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, besonders auf diese unbewussten Fehler, die ihnen gar nicht so wirklich auffallen, die eben eine unterdurchschnittliche oder durchschnittliche Kommunikation von einer herausragenden Kommunikation unterscheiden. Wenn es dich interessiert, wir arbeiten da immer in einer Charisma-Analyse mit Menschen zusammen, verlinke ich dir einfach mal unten in der Beschreibung, falls du da mit uns zusammenarbeiten möchtest. Also kurz gesagt, erstens, also erstens, in diesen Momenten des Stresses steht viel auf dem Spiel. Zweitens, wer unsicher wirkt in solchen Situationen, der verliert. Und drittens, wenn du die perfekte, passende Wortwahl oder Antwort in diesem Moment selbst nicht parat hast, dann ist die Situation quasi auch verloren. Achte auf diese drei Fehler und du kannst dich sehr freuen, denn schon in einer Woche, also am 14., genau in einer Woche, auch am Sonntag um 19 Uhr, wird es den Meisterkurs der Schlagfertigkeit geben. Ich freue mich sehr, weil da haben wir die letzten Monate wirklich was richtig Geiles gemacht und freue dich sehr, wenn du da für dich dazu lernen möchtest. Ansonsten, achte auf jeden Fall auf diese drei Fehler. Ich wünsche dir noch ein, ich verlinke dir auch übrigens dieses Video, falls es dann nächste Woche raus ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.